Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir sind hier im Haus unseres Opfers. Ich habe jetzt schon ein bisschen gewartet, offscreen, bis sie denn endlich nach Hause kommt. Ach du, abends, da war sie. Und bevor sie jetzt die Wachen ruft, sollten wir vielleicht anfangen, denn sonst sind wir irgendwie nicht mehr so ganz alleine. Und? Okay, das war an sich relativ einfach. Nehmen wir mal den Schlüssel mit, einfach damit wir hier nicht mehr einbrechen müssen. Okay, die Wachen haben uns nicht erwischt. Sie sind nicht hier reingekommen. Dementsprechend haben wir jetzt erstmal nur wieder 40 Gold als Kopfgeld. Das ist an sich in Ordnung. So, lass uns mal kurz gucken, dass wir hier ein bisschen Licht anmachen. Hör doch auf! Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen. Ich dachte, wir haben nur einfach 40 Gold Kopfgeld. Und die Sache ist damit gut. So viel dazu. Moment, erstmal... Müssen wir was daran ändern. Ich finde es echt nicht okay, dass die uns einfach so angreifen. Aber was ich wirklich okay finde, ist unser magischer Ring. Das war in Ordnung, dass der den so weit wegwedelt, das hätte ich nicht erwartet. So, wir sind ziemlich hungrig und durstig. Wie sieht es aus mit Schlaf? Nur ein bisschen müde. Okay, das bedeutet, wir pfeifen uns erstmal ein bisschen was rein hier. Bevorzugt Suppensachen. Das gibt uns nämlich ganz nebenbei noch diesen Effekt, dass uns mollig warm ist. Und wenn wir jetzt schon nachts unterwegs sein müssen, wäre es nicht schlecht, wenn uns relativ warm ist. Okay. Mein Ziel ist erstmal das Nachttor. Da können wir dann übernachten und dann gucken, wie es weitergeht. Und dann lass mal gucken. Wir sind immer noch im Kampf offiziell, aber unser Gegner sucht uns noch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass... Wenn ich nicht kämpfe, dass der dann... Ja, und einfach nur verhaftet oder so. Die Sache wäre einfach gewesen. So ist das arg ätzend. Vor allen Dingen möchte ich eigentlich nicht... Ähm... Eine Stadt haben, wo ich nicht mehr hin kann. So mehr oder weniger. Da müssen wir mal gucken bei Gelegenheit, dass wir das geregelt kriegen. Vielleicht, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat, ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist... Dass wir dann einfach die Strafe bezahlen. Ja. Finkt gut. Eins nach dem anderen. So, lass mal gucken. Wie kommen wir hier am besten über diesen... Felsgrat rüber. Der Nachthimmel ist ja an sich schon schön. Warum klappert es die ganze Zeit so? Der Charakter läuft doch ein bisschen komisch. Seht ihr das? Der... Verhält sich nicht normal. Ziemlich eigenartig. Irgendwas... Ist da gerade mal wieder... Reichlich verbuggt. Naja. Werden wir sehen. So, das heißt... Totenschrei wird unser nächstes Ziel. Denn ansonsten... Kommen wir da unten nicht mehr so ganz durch. Wobei ich sagen muss, dieses Klapper beim Laufen, das geht mir schon gewaltig auf die Ketten. Das ist ein Feldlager der Imperialen. Da wollen wir keine Pferde stehlen. Da wollen wir überhaupt nichts machen. Moment. Windhelm. Windhelm ist aber noch ein ganzes Stück, Jungs. Windhelm ist da unten. Ne, traut ihr euch da nicht ran? Wow. Sieht ja ganz gut aus für euch im Krieg. Die Offensive läuft. General Tullius, bei diesem Fortschritt sind wir im Winter in Windhelm. Ausgezeichnet, Kommandant. Ja, im Winter in 18 Jahren. Unglaublich das. Das sieht aus wie totes Pferd. Ja, ich merke auch alles. Ja, wo Pferd tot, da will ich eigentlich erst mal nicht hin. Weil das sind meistens dann irgendwelche fiesen Viecher. Die Pferde halten nämlich einiges aus. Eigentlich unglaublich, dass wir da jetzt solche Probleme hatten mit unserem ersten Attentat. Seht ihr das, wie der so trippelt? Irgendwas ist da ganz komisch. Aber Schleichen ist verbessert, ganz klar. Ja, da hinten war ein Wolf, da hinten war eine Säbelzahnkatze und dementsprechend muss ich da nicht durchlaufen. Vor allem, das war so eine Schneekatze. Die ist sogar noch mal eine Kante krasser. So, schauen wir mal, was die neue Stufe bringt. Ich glaube, zuletzt haben wir Gesundheit erhöht. Das heißt, jetzt ist mal wieder Magika dran. Und weil uns so höllenkalt ist, haben wir da derzeit Probleme. Ich würde sagen, Talente verbessern, darum kümmern wir uns dann vielleicht beim Nachttor oder so. Da oben ist der Totenschrein, wir haben es also schon so gut wie geschafft. Man könnte höchstens noch gucken. Ja, ätherische Gestalt ist ausgewählt. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Schrein des Talos. Aber ich glaube, beim Totenschrein da oben haben wir ein Altar des Talos. Da können wir unseren Segen mal wieder erneuern. Wir sind eigentlich ganz kurz davor zu erfrieren. Im Normalfall müsste ich mich jetzt wirklich ranhalten, dass ich es noch zum Nachttor schaffe. Ich traue mich aber gerade nicht zu sprinten oder so. Weil wir dann sofort die Viecher an der Backe haben. Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Wir hängen gerade irgendwie in dieser Katzensprungfähigkeit fest. Der geht auch immer wieder dann in die Ego-Perspektive, wenn wir das benutzen. Und man kann diesen Katzensprung wohl nur einsetzen, wenn man volles Stamina hat. Lass mal gucken. Gleich ist wieder voll. Zack und wieder ein weiterer Katzensprung. Ja, in der Fähigkeit hängen wir gerade irgendwie fest. Mal wieder kleiner Bug. Wir haben auch noch keinen entdeckt. Alles tutti. Hat aber auch Vorteile. So, wir erfrieren gerade. Das ist gar nicht gut. Gut, lass mal gucken. Wir haben doch eigentlich eine tolle Fähigkeit für sowas. Hallo? Fähigkeit? Natürlich habe ich die mal wieder nicht ausgewählt. Gefällt mir gar nicht. Aber ich verstehe so langsam, wie ich diesen Katzensprung einsetzen kann. So, wir rollen uns hier erstmal ein bisschen den Berg runter. So, jetzt kann ich eigentlich keine Rücksicht mehr nehmen. Wir müssen so schnell wie möglich ins Warme. Sonst... Wow! Sind wir gleich erfroren. Was zum Teufel ist denn jetzt mit dem Charakter? Das sah jetzt ja fast schon ein bisschen aus wie ein Zombie, wie der da so durch die Gegend gestapft ist. Den Segen holen wir, wenn wir wieder hier sind. Im Moment... ...habe ich eigentlich nur die Absicht, nicht zu erfrieren. So, viel dazu. Okay, während jemand draußen spazieren geht, entdeckt er unseren zitternden Körper. So, wir werden irgendwo in die Nähe gebracht, erwachen in einer unbekannten Umgebung. Allerdings sind wärmende Flammen da, die uns gegen das Gesicht... Willkommen! ...dingsen. Sag Bescheid, wenn wir noch etwas... Okay. Wir fangen an, uns aufzuwärmen. Das ist gut. Gut, ich kann im Moment allerdings nur ganz eingeschränkt gucken. Und... Das sieht irgendwie aus nach... Jetzt ist es endlos verbuggt. Ich meine, wir sind komplett aufgewärmt. Aber ich wüsste, ehrlich gesagt, ganz gern, wo wir sind. Das da vorne scheint... Ja, Schnellreisen ist natürlich ausgeschalten. Wir sind jetzt eigentlich in der Nähe vom Nachttor. Aber wenn ich mir das angucke... Wisst ihr was? Ich starte das Spiel mal kurz neu. Wird wohl besser sein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, immer noch hier in diesem Raum. Ich habe hier schnell gespeichert, bevor ich raus bin. Man hat jetzt... Oder wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen einen älteren Spielstand und spielen einfach wieder bis hierher. Oder wir probieren das jetzt irgendwie zu richten. Und beim Richten... Habe ich jetzt schon die ersten Sachen gemacht. Ich dachte mir, das zeige ich jetzt einfach mal im Video. Weil das eventuell für einige von euch auch interessant sein könnte. Wie man aus so einer Kiste wieder rauskommt. Ich habe zum einen die Schnellreise aktiviert. Aber wir werden vom Spiel jetzt in der Taverne betrachtet. Und aus der Taverne raus können wir nicht schnell reisen. Wir können nur schnell reisen, wenn wir in der Welt sind. Und dementsprechend können wir das alles wieder einschalten. Das bringt uns so nicht weiter. Gut, dann bleiben uns noch Konsolenkommandos übrig. Und da probieren wir mal was. Und dann der Ort, zu dem wir wollen. Das hat es nicht gerissen. Wir sind nämlich bereits dort. Okay, dann könnten wir... Das hier probieren. Ist etwas drastischer, aber könnte klappen. Soweit so gut. Da sind wir in Flusswald. Wir können uns richtig bewegen. Der Charakter ist nicht verbuggt. Soweit ich das sagen kann. Soweit ich das sagen kann, läuft die ganze Sache wieder. Ich mache mich aus dem Staub. Ja, allerdings sind wir eigentlich nicht in Flusswald. Und jetzt hier irgendwas zu machen, wäre nicht fair. Dementsprechend schauen wir, dass wir zu der Stelle zurückkommen, wo wir gerade waren. Das wäre nämlich das Nightgate Inn. Wir sind in der Nähe einer Taverne bewusstlos geworden, wegen der Kälte. Und sozusagen als kleinen Bonus, du hast es hier fast geschafft, wird man gefunden. Man stirbt nicht. So, das hat jetzt wieder nicht geklappt, leider. Wir haben uns zum Nachttor teleportiert und da sind wir wieder an diesem Ort. Jetzt habe ich noch eine Idee. Wenn das nicht zieht, dann werde ich einen älteren Spielstand laden müssen. Okay, da sind wir. Und wir können mal gucken, wie wir da jetzt weitermachen. Das müsste jedenfalls das sein, was ich glaube, was es ist. Werden wir aber gleich sehen. Okay. Wir müssten in dem Dungeon sein, der direkt neben dem Nachttor ist. Den haben wir schon abgeschlossen, diesen Dungeon. Erinnert euch, hier unten war richtig dick Bosskampf und Action. Ich muss mich gerade nur orientieren, dass ich hier möglichst schnell rauskomme. Und hier geht es nach Himmelsrand. Genau, da müssten wir lang. Hinter uns den Gang lang und runter und schnick schnack. Oh Mann, ein Bug, viele Probleme. Aber wir kriegen das alles auf Kette. Ich habe jetzt nur nicht vor, irgendwie die ganze Episode nochmal neu zu machen. Das wäre reichlich ätzend. Und das muss hier auch nicht sein. Ich bin ja froh, dass hier nicht wieder Gegner sind. Und das wäre auch sehr unschön. Aber wie ihr seht, ist der Dungeon noch im alten Zustand. Wir haben hier alles gelöst. Den haben wir schon ausgeräumt. Deshalb habe ich ihn quasi gewählt. Weil er nah am Nachttor ist, wir da wieder anknüpfen können, wo wir eigentlich sein sollten. Und weil wir damit schon fertig sind. Ihr erinnert euch, das war der Dungeon, wo wir zwei NSCs getroffen haben, die uns dann begleitet haben. Und wo der Magier uns dann am Schluss verraten hat. War reichlich unschön eigentlich. So, Moment. Wir machen mal die Nachtsicht aus. Sonst wird mir hier drin ruckzuck schneeblend. Das waren noch Zeiten. Da waren wir noch mit Lydia unterwegs. Und irgendwie hat da noch alles geklappt. Wunderbar. Da sind wir raus. Jetzt haben wir es eigentlich nicht weit bis zum Nachttor. Und jetzt ist wichtig, ob das Nachttor defekt ist. In dem Spielstand jetzt. Eventuell müssen wir trotzdem einen älteren Spielstand laden. Weil das Nachttor, wenn wir das jetzt betreten, eventuell auch wieder diese leere Landschaft mit Himmel ist. Werden wir dann sehen. Im Prinzip ist das eigentlich nur eine Skybox. Und irgendwie lädt die Umgebung nicht beim Nachttor. Aber einmal Daumen drücken jetzt. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Das wäre fantastisch. Okay, wir sind zurück im Nachttor. Nightgate Inn. Da sind wir. Die kleine Karte kennen wir. Wir wurden hierher geschleppt, nachdem wir draußen bewusstlos wurden. Wir haben uns hier aufgeheizt. Nur hat die Umgebung nicht geladen. Jetzt sind wir da. Es ist alles wieder hergestellt und alles funktioniert. Wir sind aufgewärmt. Und ich würde sagen, das war jetzt mal wieder genug Panne und Action für eine Episode. Wir machen heute schon mal Feierabend. Ich mache noch ein paar Versuche, ob der Spielstand auch wirklich in Ordnung ist. Was zum Geier. Okay. Alles tut die. Wir haben hier in der Gegend einen gewissen Ruf fürchtig. Wer müssen wir dann mal sehen in der nächsten Episode? Wir sehen uns morgen wieder. Denn es gab jetzt zwei Warhammer-Episoden. Also gibt es jetzt auch zwei Skyrim-Episoden. Das war aus gegebenem Anlass. Lange Geschichte. Kann ich euch morgen ganz einfach erzählen. Also gut. Bis dahin. Macht's gut. Hab ich dran steif. Ciao, Freunde.